Ich höre dich, ob ich das jetzt im Streaming höre, das weiß ich jetzt noch nicht. So, oder was, ich spiele mir schon Sinn drauf. So, einen wunderschönen guten Abend zur Runde 2 des Streams heute. Mein Name ist Kosti97 und willkommen auf meinem Gaming-Kanal. Habe mir den Stefan an die Seite geholt. Wir werden jetzt eine Runde Anthem noch spielen. So, Stefan, ich grüße dich. Hoi, hoi. So. Spät in der Nacht hier noch online, Mensch. Na ja, 22 Uhr. Geht noch. Brauchte mein Schönheitsschlaf. Brauchte mein Schönheitsschlaf. Frage mich morgens auch immer. Richtig. So, ich bin jetzt noch unten im Keller. Ich gehe mal nach oben und dann lädst mich halt du ein, am besten. Ich hatte eigentlich gerade schon eine Einladung rausgeschickt. Spreng mal deinen Anzug. Warte mal schnell, ich gucke mal. Oh, ich bin jetzt noch mal. Dann war ich ja noch. Dann ist es einfacher. Oh, okay. Super. Warte mal, ich muss hier schnell mal Red Dead pausieren. So, okay. Spreng mal schnell mal einen Anzug. Laufel. Werde laufen. Ich habe nämlich mal einen Anzug bearbeitet. Okay. Ist es rosa, oder? Nein, aber es ist farbenfroh. Okay. So. Also, ich bin im Anzug drin. Super. Zeigt mir zwar immer noch an, nicht im Anzug, aber. Doch, jetzt glaube ich nicht drin. Ich bin im Anzug dabei. Warte nur. Ist es doch. Warte mal. So, nochmal zurück. Spieler einladen. Ach. Freunde. Also, ich schicke dir eine Einladung, aber irgendwie. Ich schaue nochmal draußen. Etzala, etzala. Ja, Gott, jetzt passt es schon. Alles gut. Ja, ich habe die Nachrichten aus. Ich habe gedacht, das blockt dem Spiel auch nochmal auf. So. Ja, leider nicht. Okay. Nicht bereit steht bei dir. Klebe im Blick. Ich bin bereit. Jetzt. Ich bin bereit. Ab geht's. Ich habe meine Controller umgestellt. Okay. Auf, dass ich mit oben schieße, bist du schneller zumindest. Kannst du ja draußen im Menü machen, dass du ja quasi die Barrierefreiheit hier endest. Wenn du das willst. Und wie gesagt, ich finde es halt, bist halt schneller im Verhalt. So, warte auf den Start. Expedition. Gestartet. So, dann wollen wir mal schauen, was der Roserode Panda Stefan für einen Anzug hat. Ich könnte mal vorstellen, du hast den Storm genommen. Hä, ne. Ne, also doch mal einen Ranger. Logo. Gut, den habe ich nämlich auch. Sieht ja wohl nicht geiler aus. Obwohl halt alle drei finde ich. Ja. Ja, ich hatte, obwohl ich ganz kurz überlegt hätte, mit dem Tank, weil ich den doch immer ziemlich cool fand. Tank ist geil. So, wir sind, ja, wir sind online. Wie gesagt, wenn du bei mir auf, auf dem Kanal bist, auf dem Twitch-Kanal, dann sind wir online. Ja, aber du das halt blöd, sich selber beim Spielen zu gucken. Nein, nein. Macht sich bei Granthorismo auch immer so schlecht. Ja, gut, ist es noch in Zeit verzögert. Ja, ja, deswegen. Ne, aber passt, aber was ich an dem Spiel halt wirklich schade finde, sind diese Ladezeiten. Die sind ein bisschen heftig, ja. Wir haben 2019, ne. Und es gibt größere Spiele. Wie bei Red Dead und das hat weniger Ladezeit, ne. Naja. So, wo bist du denn? Seht mal hier, den hässlichen Gesicht. Ah, sieht doch nett aus. Ah, so ein bisschen angelehnt an Deadpool. Genau. So ein bisschen halt zumindest, ne. Normalerweise sieht durch dieses Legend of Dawn-Paket halt irgendwie so ein bisschen aus wie so ein Predator. Ja, bleib halt mal stehen, bleib halt mal stehen. Bleib halt mal stehen. Vorne, ja. Ja, es geht aber so auch ein bisschen Richtung Iron Man, ne. Wenn du jetzt noch ein bisschen Gold machst, ne. Ah, noch eine. Hallo, winken wir halt mal. Oh, ups. Das wollte ich jetzt nicht. Also. Gehen wir mal los hier. Ja, ich muss noch schauen, dass ich irgendwas find zum Abkühlen. Ach, oh, wenn du ja tiefer fliegst, ne. Ja, deswegen. Bleibst du ja relativ. Dann bleibt man kühlt. Ja. Aber wie gesagt, ich will halt noch was finden, wo ich halt dann noch mehr Abkühlung hab. Weil es ist schon ein bisschen. Also noch hin. Hübe. Ich spiele im Augenblick mit, ähm, mit, ach, na, wie hast du das jetzt? Ähm, jetzt mal Impulsgewähre quasi. Ja, und dann zur Art Uzi. Der macht der andere für die Länge, macht er mal was? Naja, oder? So, der samt sich dann voll. Okay, woran muss ich dann rüber? Ja, direkt entschuldigt. Ah. Ja. Ich kippe gar nicht hin. Alter. So, meine Freunde. Und zack. Dann hast du noch angeschlossen. Fatz, fatz. So, die Dinger jetzt nicht zu schießen. Ah, ja, okay. Ich muss hier irgendwie diese Steuerungseinheit... Erwischt, bleib in Bewegung. Schön. Sehr gut. Was auch immer gut Punkte gibt, ist, wenn du nahkommst, Max. Hey, die Herausforderung abgeschlossen. Ja, passt doch. Ist doch schön. Du hast es bald geschafft. Wow. Ist nicht gar zu nett. So, wirst du es alleine machen müssen. Wieso? Hallo? Ah, der Dicke kommt. Die Dicke ist doch schon weg. Oh, ich glaube ein. Hast dich jetzt zeuglich? Rute Arme. Warte, ich habe da noch was für dich. In der Nähe. Ein Läufer wurde aus dem Hinterhalt überfallen und ausgehofft. Sehen du es das an? Alles klar, bin unterwegs. Was ist denn überhaupt? Das Problem ist, ich sehe hier oben die Anzeige nicht, weil ich halt meinen Balken drüber habe. Okay. Ja, so richtig habe ich es auch noch nicht herausgekommen. Ja, du siehst ja, oben machst du ja dein Süd, West, Ost, Nord. Eigentlich. Eigentlich. Heils hat es angezeigt. Das liegt einfach. Gegen und, wer geht mir. Ja, es kommt noch mal vor. Das kommt mal vor. Sentinel Loyalität. Cool. Bin ich fast voll. Habe ich schon 400, 500, 500. Machen wir mal ein bisschen da runter. Oh oh. Oh oh. Hab ein Problem. Fuck. Fuck. Ah, scheiße. Wah. Hä? Und dann müssen wir? Fuck. Fuck. mit einer rein statt nur dabei zack immer vollgas oder hier Hier Das ist sehr gut Arriba Ich vermisse das bei Charakterismus Das habe ich so mit mir selber zu tun Da ist er weg Da muss ich hin Da drüber Oh Gott sei Dank Voll falsch abgewogen Hat eine Luft Da ist ein Freelancer Ist der Kopf dran ist der Kopf weg Wir bringen ihn sicher nach außen Alles klar Teile Stefan hier Ich habe hier Teile gehabt Ein Schild Tiny Größere Passt Auch schon weg Aber da ist noch eine Und noch eine Geht nix Uh Was gemacht Uh Oh Ist der Dicke noch da? Ja Nö Sieh einer an Doch Ein großer Ska Anführer ist aus einem Loch gekrochen Oh Ich verstehe Oh oh Da macht er nix Ich hab Oh hat's gemacht Hinten Hinten auf dem Tank Muss schießen Schießen Hinten auf dem Tank Passt Jetzt ist er fast schon weg Er ist schon tot Ach Oh das ist ein Loch Oh Sehr gut Aber der Fett darf nicht entkommen Verstanden Ok Hey Hey Hast dich jetzt zeug gelegt Bote Arbeit Ich danke dir Aufbauend Sehr schön Mission Auftrag Abgeschlossen Juhu Juhu Galgandisch Sauber Zauber Schicht Bin ich schon mal gespannt Was da Stefan so ein Bumpe gemacht hat Stefan so ein Bumpe gemacht hat Soltat Soltat Na am wenigsten 17 oder habe ich gehabt 286 2 Aber der Landstuhl Allianz Stufe 2 bis so ich bin 0 Ja Level 5 bin ich jetzt Bin level Morgen Ok was Neues dazu bekommen Gehen wir mal nach Portades bitte Es geht Präzisionsgewirr Bitte Achso Kann jeder für sich werden Ok Na klar Da sieht man sich ja eh nicht ne In dieser Stadt Weiß ich nicht Weil normalerweise Wir waren Ein Kumpel und ich Sollten eigentlich zusammen Auf Der komischen Brücke sein Ne Was war das? Auf der Brücke oder sowas einiges Da waren wir aber trotzdem nicht zusammen Sollten wir eigentlich Aber Ne Ich glaube das ist nur wenn du in den Anzügen bist Dann kannst du zusammen rumgamen oder? Ja weil bei Destiny kannst du es ja auch machen Da warst du ja auch zusammen Wenn du oben auf dem Turm warst Wenn du oben auf dem Turm warst Habe ich mit dem Kumpel gespielt Mit dem einen was gerade drin war Mit dem Sebastian Dreieinhalb Stunden nochmal Zum Anfang Okay Und dann abends nochmal eine Stunde habe ich hier mal Einfach Bock hat So Was haben wir denn da? Entfernunggranate Entfernunggranate Ich kann dann gar nix machen Wenn ich was herstellen was fehlt mir schon wieder Waffen Ambus 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 Aber ich will endlich ein Ding Ein schönes Gewehr haben Gehündet Umsverrägen Ich bin gerade in so einem Dialog deswegen Achso Okay So Ja wie wollen wir vorgehen Also ich würde die nächste Mission annehmen hier bei mir Warte mal schnell Warte mal schnell Ich bin gleich soweit Ich bin doch mal schnell was kommen So So komm zurück Ich steige meinen Anzug Ich steige meinen Anzug Wie hier ankam Hegen Banner in der Enklave Ich frage mich wann sie untergenommen wurden Okay Warte mal Warte mal Da hat man sich noch einen Blick Aber du bist schon bereit Ich bin auch bereit Bereit wenn sie sind Mhm Der Export ist möglich Okay 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 Wir müssen uns jetzt mit so einer Clean Rab Mit so einem Clean Labormäuschen treffen Ach Bist du noch unten im Keller Ja Wenn soweit geht Sagst du so Ich bin schon bereit Warte auf die Spiele ich bin bereit es friert noch und morgen macht bei uns die eisdele auf so geil war den sonntag so warm bei uns war es heute so bockwarm aber fett schon das spiel war die grafik sind der spiel ist geil also es ist echt macht spaß wirklich aber man merkt die ps4 pro ist so ein bisschen am ende schon dann also so leicht ruckel das hat man also es läuft nicht ganz so flüssig er bleibt mir so ein platz schmarschen also wie gesagt dann ist es ja auch läuft es ja in 4k hier ja ja ich habe keine lust ein körper im flieg zu sein ja dann nehmen wir mit ah einmal mit ich sehe noch etwas nein oder hier ah was ah cool dann fliegen wir mal und ab geht's sogar in 10 Sekunden muss ich zu meinem Team zurück du bist kurz vor mir das ist der andere Typ der ist schon da alter toll danke weil du so gebummelt hast ich? ja du musst es wieder einsammeln ich war kurz hinter dir war minimal kurz hinter dir neben mir gibt es dort irgendwas netzliches? aber der nächste 1 habe ich doch hier Stefan ja hier ist eine Art Aufzeichnung ah ja ach das habe ich gestern glaube ich gemacht was hey schau mal da sind so 3,5 Leute immer schön handgrenaden einschmeißen ja 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 Ich hab sie! Es ist nicht weit! Haare weckt das! Geh schlappern! Substanz! Bleiben wir bestimmt noch mal! Die Höhle sind noch mehr Tote Regulatoren. Wer von hier oben? Wo ich bin? Ich bin schon auf dem Weg. Substanz! Substanz! Ich bin noch auf dem Weg. Ich bin noch auf dem Weg. Die müssen noch noch zeigen, oder? Ja. Mach ich aus. Aha. Musst du morgen arbeiten? Ja! Jupp! Ich fang um 9 Uhr. Ich hab er dann noch bis 18 Uhr. Scheint eine anfang zu beeinflussen. Sieht aus wie eine Schmugglerhöhle. Hier gibt es alles. Zu einem Preis! Das scheint Gestalter relikte mit einzuschließen. der langweilt mich jetzt hier gerade besten nur zu zweit spielen hast du auch gerade ein video ich sage nur eins der schaut einem ähnlich wenn könnte der ähnlich schauen der zu vier freunde immer gegen sich stefan ja 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 weißt du was ich meine turtl sie ihr gegner heißt der turtl sie ihr gegner ein sehr der verbündete 1 vom foot klar der boss hermann keine ahnung mehr schweller ja klar als tor mit seinem hammer gegen riesigen feuer dämonen kämpft das auch das auch der monitor äh nö jetzt kommen wir zur sache ich kann es nicht glauben sind wir wirklich in ein feuergefecht mit dem dominion verwickelt nicht schon du sitzt irgendwo auf einem stuhl das ist gesichert du hast es geschafft wie steht es um tessens agentin liegt sie noch sie hat es nicht geschafft aber hier ist ein archiv ich sehe es scheint von kampf beschädigt zu sein vielleicht kann dessen uns damit helfen das soll nicht umsonst gewesen sein was ist mit dem den sie monitor genannt haben er hat das verlegt dann hole ich es zurück das war typische dominion taktik totale verwüstung und keine zeugen was machen sie so weit im süden keine ahnung aber es hat was mit delikten zu tun das wird kein gutes ende nehmen boah fuck boah es war irgendwas halte das gebiet frei wir wollen niemanden im weg haben vorsicht sieht aus als hätte der monitor ein aufräumkommando zurückgelassen und versuch in der nähe der maschine zu bleiben ich hab die daten und kann sie wahrscheinlich außer gefecht setzen bleibt da ich versuch sie zu deaktivieren toller art zum sterben oren hab ich dich je im stich gelassen ha ha an sie ist auf Ah, das ist hinten, passt schon. Hier ist nichts. Hier drüben dann. Da kommt noch mehr von Dominion auf dich zu. Sieht auch ziemlich ernst aus. Sei vorsichtig. Headshot. Hin. Das war der letzte. Ich kann den Monitor immer noch einholen. Mach lieber schnell, er hat einen Vorsprung. Rechts oben. Oh, ich hab nen Internetfehler. Ja, scheiße, oder? Hm. Na, klasse. Hatte ich gestern raus schon. Ah! Aber er ist drinnen. Er bleibt drinnen. Okay. Scheiße. Ja, damit haben sie Probleme ohne Ende mit dem Scheißverbindungen. Jedes Mal ist mir jeden Tag bis jetzt ist mir das Ding abgestoppt. Ab. Ähm. 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 Jetzt meine Reihe wo sie sagen wird. Abgestürzt. Also. Freeze. Allmächtig hat er mal wieder einen Text geschrieben. Ja, lecker. Ist leider doch. Du bist noch dabei, oder? Ja, ja. Na also. Er kann nicht weit sein. Das Dominion muss was großes planen, wenn jemand wie der Monitor in unserer Gegend ist. Wir müssen nur dafür sorgen, dass er nicht zurückkommt. Siehst du, deswegen will ich mit dir im Einsatz sein. Bösewichtern die Tür zeigen. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Okay. Bösewichtern mit Hilfe einer dicken Knarre die Tür zeigen. Ich glaube, du bist falsch abgehoben. Weiß es gar nicht. Ich habe hier... Oh, es kann sein. Oh, wie die vorrennen, ey. Ja, die haben es wahrscheinlich schon 8000 Mal durchgespielt schon wieder. Okay. Du näherst dich ihm. Direkt vor dir. Sie in jede Menge Dominion. Wo ist der Monitor? Ich suche. Sie haben nur irgendwelche Geschütze. Die versauen dir den Tag. Schalt sie lieber aus. Diese Nachspawnerei, ey. Ladebildschirm des Todes. Einsack! Danke, gut. Möchigt für die dickke Knarre. Oh, Vorsicht! Noch einer von den Leutenern des Models. Okay. Es ist vorbei. Ein Punkt für die Freelancer. Ja, Glückwunsch, dass ihr direkt in meine Falle getappt seid. Owen. Owen, was ist da los? Ich weiß es nicht. Er ist... ...offenkundig stärker als du. Es ist wichtig, seinen Kontrahenten einzuschätzen. Und dich halte ich für... ...unterlegen. Ach ja? Frag doch mal deine Lieutenants, was die dazu sagen. Ah, geht ja nicht, weil ich sie erledigt habe. Freelancer prahlen mit Mut, den sie nie haben. Deswegen sind sie ausgestorben. Ich bin quicklebendig, du verdammter Sohn einer... Er ist weg. Spal dir den Atem. Kehr besser zum Frucht zurück. Ich sag Tesseln, dass wir Redebedarf haben. Mission ist abgeschlossen. Abgeschlossen. Mal. Ja, ich denke mal, das war es für dich heute. Ja, auf jeden Fall. Morgen um 34 geht es wieder los. Ja, wenn du Bock hast, schreibst du einfach mal. Jo, machen wir öfter mal. Können wir können machen. Aber wie gesagt, die Gran Turismo-Verpflichtungen wachsen. Ach, da ziehe ich mich im Augenblick etwas raus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, jetzt auf weiße. Große Team, durch die große Team brauchen wir ja nicht mehr so viel fahren. Nein, wie gesagt, sind alle gleich. Bin ich sogar ganz wenig bunte gemacht. Aber habe ich das richtig verstanden, wenn jetzt die neue Liga eröffnet von Gerd, dass du denn der Streamer bist? Ich will streamen, ja. Also wie gesagt, wenn ich Bock habe und Zeit habe, dann mache ich das auf jeden Fall. Müssen wir mal einen Probelauf machen, weil wie gesagt, alleine habe ich es selber noch nicht gemacht. Stufe 2 Allianz. Äh, Forstkanade, okay. Au, endlich ein Sturmgewehr. Ja, Gott sei Dank. Jetzt kann man, jetzt kann man loslegen. Jetzt kann ich loslegen. Ja. Jetzt muss man das dann ganz immer zu Gemüte ziehen. Wenn ich einmal am Wochenende jetzt dann einmal, dann, dass ich einfach mal, wenn ihr mal testweise mal was fahrt, dass ich mir das mir mal anschauen und für mich mal in der Lobby nur drin bin und das einfach mal mich mal durchspiele. Ja. Ja, mit Replay und dem Wurder heruntergefahren. Nö. Ach, deine Chefin hat auch daneben. Schöne Grüße. Mhm. Bis jetzt, warte ich noch, bis es zurückgeht. Ich sage, sie haben immer noch ein Ladebildschung. Okay, nee, bei mir ist er abgestillt. Also hat er gesagt, die Servers weg und... Ups, er hat mir jetzt hier trotzdem die ganzen Items überlassen. Na gut. Ich klinge mich schon mal aus. Ja, entweder auch nicht. Nee, bei mir ist, glaube ich, noch da. Nee, jetzt bin ich wieder, jetzt bin ich auf dem Ding. Bin ich auf der Stadtrampe. Okay. Na gut. Alles klar. Jo, Stefan. Bis dann. Ciao. 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 So. So, schauen wir mal. Jetzt endlich. Ich habe ein Waffe bekommen. Sturmgewehr. Du. Sehr geil. Oh. Juhu. Das gefällt mir. So. Die Waffen können wir noch ein bisschen zerlegen. Die Waffen können wir noch ein bisschen zerlegen. Dann machen wir das auf jeden Fall ein Mal. Bei den Komponenten. So. Und schauen wir mal. Granati. Okay. Amen. 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 So. Schaut ganz gut aus. Heute in der Schmiede hier. Schauen wir mal, was es für Angebote gibt. 47.000 habe ich im Augenblick. Okay. Hat sich also geändert. Schauen wir mal in die Kammer. Hier. Das ist auch nichts, was ich brauchen kann. Da werden wir hier Status. Okay. Okay. Na gut. So. Würde ich mal sagen. So. Nur noch eine 3-4 Stunden jetzt aufgenommen. Für andern. Enzym. Bei der täglichen Prüfung. Schlese Festung ab. Schlese Festung ab. Ja. so dann würde ich mal sagen war schön mit euch heute die beiden streams und ich verabschiede mich und sagt 1000 ich bin draußen bis zum nächsten mal